Ihr seid jetzt ein vollständiges Mitglied. Und ihr habt Glück. Die Schleierkönigin höchstpersönlich wird eine Rede dazu halten. Oh schön, ich habe bestanden. Wohin soll ich als nächstes gehen? Der Schleierrad trifft sich in der großen Halle. Sie liegt nördlich von hier am höchsten Punkt der Insel. Und ihr sagtet, dass die Schleierkönigin selbst hier ist. Ist das wahr? Nein, sie ist nicht hier. Sie muss in Sicherheit bleiben. Im Verborgenen. Sie nutzt einen Zauber, um über Projektionen zu uns zu sprechen. Geht und meldet euch beim Rat. Stellt euch vor und macht euch bekannt. Oh Mann, ich kann es kaum glauben. Darauf freue ich mich so sehr. Durchsucht die Rekruten! Einer von Irons Agenten ist verkleidet unterwegs. Verdammt! Sie sind hier! Oh Mann, ich bin hier! Idioten! Lass sie nicht entkommen! Ihr Bäuerin, ihr denkt, ihr seid schlau. Hat euch die dreckige Katze etwas zum Spielen gegeben? Oder hat sich Eiren selbst die Hände schmutzig gemacht? Hat sie wirklich gedacht, sie könnte heimsegeln und wir würden uns alle unterwerfen, während sie Mischling und Bestien dazu einlädt, in unseren Städten herumzutollen? Nerrin! Unerheblich! Mit der Hilfe von Merunes Dagon werde ich die falsche Königin beseitigen und die wahre Herrscherin unseres Volkes sein. Ich bin die Schleierkönigin! Eirens Spionin ist hier! Erledigt dieses Ungeziefer! In einer großen Familie lernt man sich zu wehren. Ah, gut. Ras hat begonnen, sich Sorgen um euch zu machen. Ras, sagt mir, wo ist die Siebenhochfürstin Estre? Es ist wichtig. Beruhigt euch, meine Freundin. Sie ist drinnen bei der Königin. Sie üben für die morgige Talmotshermonie. Kein Grund, sich zu sorgen. Ras, ihr versteht nicht. Estre ist die Schleierkönigin. Wirklich? Seid ihr sicher? Falls ihr euch irrt und sie derart beschuldigt? Ras, ihr müsst mir vertrauen. Ich habe gesehen, wie sie mit dem Schleierrat gesprochen hat. Ich war dort. Dann bringen wir diese Sache zu Ende. Kommt mit Rasumdar! Dann mal los. Wir müssen dem ein Ende setzen. Meine Königin, dieser Herr entschuldigt sich. Wir müssen sofort mit euch sprechen. Rasumdar? Was ist hier los? Was hat das zu bedeuten? Wer hat die Katze hier reingelassen? Unsere Freundin hier wird euch alles erzählen. Bitte sprecht schnell. Das könnte für uns beide sehr schlecht sein. Verzeiht die Störung, meine Königin, aber ihr seid hier in Gefahr. Es ist wahr. Glaubt mir. Ich weiß. Deshalb hat Ras euch gebeten, dem Erbe nachzuspüren. Nein, ihr versteht nicht, euer Majestät. Die Schleierkönigin ist die Siebenhochfürstin Estre. Die Schleier? Ihr scherzt doch wohl. Nein, ich war beim Schleierrat und habe sie besiegt und dort seine Anführerin gesehen. Estre hat Magie angewandt, um sie zu kontaktieren. Estre beherrscht doch gar keine Magie. Estre? Sie ist entkommen, euer Majestät. Es ist alles bestens, meine Agentin. Ihr habt dem Dominion heute einen großen Dienst erwiesen. Da Estre enttarnt wurde, fällt nun der Schleier. Ich werde ihrem Gesinde und ihren Wachen nachspüren. Wir werden sie zu Fall bringen. Ihr habt den Dank einer Königin. Estre muss dafür bezahlen.